Und komm hier. Oh, hier brauch ich Beton. Das ist jetzt wieder super gelaufen. Hab ich irgendwo noch Cargo-Liner? Hab ich genügend auf Reserve gehabt? Da kann ich doch immer ein paar bisschen Beton liefern. Und hier hinten wieder Räser bauen. Da freuen sich die Tycoons, wenn sie wohnen können. So, das Sägewerk produziert nichts. Ist mir ebenfalls Wurst. Bin ich jetzt nicht so unbedingt pingelig. So, wo bleibt denn mein Schiff? Hier ist die Spiritosenroute. Oh. Gesundheitstisch dann schlecht ist natürlich so optimal. Ach, Scheiße, muss ich hier wirklich erschließen, dass ich da was hinsetzen kann. Mein Gott. Oh. Was ist denn jetzt los? Ach, da war ja noch eine Quest, oder? Hier muss ich 25 nochmal Gang 9 liefern. Ja, Klappe. Mein Gott, das hab ich ja wieder völlig vergessen mit den Quests. Äh, 25 Tonnen Manganknollen müsste ich irgendwo hin liefern. Hab ich die überhaupt? Boah. Also, sollten Erdmetalle hab ich genug. Die sollte ich auch mal wegliefern hier. Hab ich hier doch gar nicht. Gott, das reicht ja nicht mal. Das kann ich hier alles als Einlagerungsware mal überliefern. So, mal hier. Alter Schwede, wie viel hab ich hier? Jetzt muss ich alles mal hier auf die Produktionsinsel rüber transportieren. Jetzt hab ich natürlich keine Schiffe mehr. Aber hier sind die Suchscheinwerfer auch. Wo muss ich die denn finden, die Teile? Äh, ach so. Hier, die Quest war's, oder? Die muss ich hinten finden. Okay, aber erstmal die abliefern. Erstmal mach ich jetzt kurz das mit den Waren, dass ich die alle umliefer hier. Sonst wird das hier nischt. So, du kannst, du hast jetzt das ganze Zeug hier rüber transportiert. Das passt. Wo bekommen wir denn jetzt unsere Manganknollen her? Hier nicht. Hier. Da können wir sie abbringen. So, das ist übrigens die Tagesquest da mit den Manganknollen. Nur so zur Nebeninfo. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich... Ups, falsche Taste. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich die Quest hab. Das ist die Tagesquest. Und da muss ich jetzt da hinten hin und was finden. Okay, kann ich machen. Und hier noch die Ökobilanz verbessern. Das ist mir ziemlich egal. Erstmal aufsteigen lassen. 76 Häuser, was zu... Ach du Scheiße. Das war jetzt ein Aufstieg. Die Jungs, könnt ihr eigentlich aufsteigen? Ne, Wahl wegen Biokost. Das wundert mich jetzt weniger. Wenn das fertig ist, ist nochmal die nächste Aufstiegswelle bereit. Das ist doch toll. Da geht in nächster Zeit einiges, würde ich sagen. Du bist inzwischen da und kannst jetzt den Beton mitnehmen. Mal gleich vollhauen hier die Insel. Dann können wir uns da oben mehr um den Bauplan widmen. Hier haue ich aber mal Green Alleys rein. Wenn die ganze Insel schon mit Green Alleys voll ist, nehme ich ja auch Green Alleys. Dann haue ich hier nur noch mal eine neue Route ran. Und zwar heißt die... Ich weiß, dass man es wahrscheinlich aneinander schreibt, aber das ist mir jetzt gerade mal Wayne. Und zwar laden wir hier ein Fast Food und in Helios wieder aus. Schiff Seeteufel 2 ein Cargo Liner mit Beton. Das kann der dann gleich übernehmen. Aber erst, wenn er oben ist und transportiert hat. Bitte ausladen. Und dann kann ich hier auch endlich bauen. Ups, falsch. Nein, kein Warendepot. Eine Fast Food Fabrik. McDonalds sozusagen. Gut, den Gag habe ich jetzt auch schon dreimal gebracht hier im Video. Das ist auch wieder toll. Ich wiederhole mich ständig. So. Die Fleischwarenfabriken kommen hier. Hier zwei und hier. Dann noch drei dazwischen, oder? Ne, vier. Da eine. Da eine. Und dann kommen noch die Aromastoffproduktionen hin. Wenn mir denn jetzt die Rohstoffe reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier, hier und hier. So. Jetzt geht es um die Felder. Da geht es jetzt, glaube ich, so. 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 Drei Stück sind es, genau. Dann kommen die hier. Ja, ihr kriegt gleich eure Felder da drüben. Mault nicht schon wieder rum. Ups. Das war ein Fail. Obwohl es eigentlich ziemlich Wurst wäre. Aber ja. Ich bin Perfektionist. Wie gesagt. Habe ich schon mal ein paar Mal erwähnt. So, das sind... Oh. Bisschen viele. Drei Stück braucht er noch. Braucht er nur. So. Hier drei Stück. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dann der bekommt... Äh. Ach nee. Der da hinten kommt nicht hin. Der ist dann für den zuständig. Der hat seine drei Felder hier, glaube ich. So. Du hast deine drei Felder dann hier. Hier und hier. Du hast deine Bewirtschaftungsteile hier. Bewirtschaftungsteile. Mein Gott. Sprache for the win. Man sollte schon Deutsch können als Let's Player eigentlich. Obwohl. Na, wenn man sich die YouTube-Community so anschaut, dann ist Deutsch sowieso überbewertet scheinbar. So. Hier wird jetzt produziert. Da kommt natürlich dann noch ein zweiter hin. Am besten hier so. Ich hoffe, dass der Platz reicht hier. Hier müsste... auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, der sollte reichen, der Platz. Wenn mich nicht jetzt alles täuscht. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Ja, der Platz reicht. Aber hier zumindest. Hier sollten... Hier reicht er auch normalerweise. Und dann habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, hier reicht er auch. Super. Freut mich. Betont habe ich noch ein bisschen. Dann setze ich doch gleich nochmal... Okay, jetzt fehlt das Werkzeug. Das war irgendwie wieder klar. Irgendwas fehlt immer, ne? Aber hier können schon wieder welche aufsteigen. Das ist cool. Hier haben wir Werkzeug genug. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal noch Cargoliner produzieren. Wenn ich den Holz hätte. Also dann doch eher nicht. So, du darfst jetzt mal abtauchen. Versuchen wir erstmal kurz diese Teile hier. Oh, sind sie auch gleich. So, wem sollen wir die jetzt bringen? Äh, bei... Bei den Ecos kriegen wir ein Maskierungsfeld MK5. Und da kriegen wir... Ja, ich gebe es jetzt Sorn. Weil da bekomme ich eine bessere Belohnung für. Das Maskierungsfeld brauche ich nicht unbedingt. So, ab zu Sorni. Hier, die Mangang-Knollen wollten wir auch noch abholen. Genau, da war ja extra ein Schiff von uns da unten. Mal eine... Oh Gott, so viel wollte ich nicht. Das reicht. Die Mangang-Knollen müssen jetzt zu hier... Hier hin? Zu hier hin, ne? Den Rest verkaufe ich dann. So, jetzt bräuchten wir nur noch irgendein Schiff, das uns hier das ganze Zeug mit drüber nimmt. Ist das zufällig das Fastfood-Schiff hier? Nö. Das ist das... Sand-Schiff? Ähm, ich brauche irgendein Schiff, was mir Baust-Baumaterial rüberbringt. Da habe ich hier eigentlich Holz. Ich brauche doch gar kein Holz hier. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt erst mal das abgeben. Und was hast du hier? Ach, massiver Brennkässen. Spiritosenfabriken. Oh cool, die können wir da mal drüben reinhauen. So. Da kennt man das Ding mal reinhauen, das Item. Was kann ich die Rektorin Bains berichten? Sie laufen ja zu höchst vor. Das möchte ich abschließen, ja. Dann habe ich hier ein bisschen Geld bekommen. Das freut mich. Und wir sind wieder bei über einer Million. Weil letztens einer bemerkt hat, dass die Million weg war. Das stimmt natürlich, aber jetzt haben wir sie wieder. Wobei in nächster Zeit wahrscheinlich noch einiges an Geld draufgehen wird. Also will ich da mal nicht sonderlich... Ach, ich will wissen, was ich sagen wollte. Oder auch nicht. Ihr kennt mich. Chaos in Person, ne? Man Gangknall bitte abschließen. Und den Rest verkaufen wir jetzt einfach mal bei... Trenchy, wenn er schon da ist. Zehn Minuten ist er noch da, muss ich dran denken. Tue ich wahrscheinlich eh wieder nicht. Äh, Sekunde. Wenn du schon hier bist... Schmeiß mal deine 15 Ton Munition hier irgendwo ins Meer. Die braucht eh keiner. Ich zumindest nicht. Dann kannst du gleich Baumaterial mitnehmen. Oh, so viel nicht. Und dann noch... Beton haben wir keinen. Nehme ich lieber mehr Werkzeug mit. Beton kann ich immer wieder transportieren. Mit dem... Mit der Route hier. Was macht eigentlich hier... Eisen drauf? Oh. Weil da Eisen drauf ist. Macht Sinn. Ach, wir produzieren ja Eisen, oder? Im kleinen Maßstab. Produzieren wir hier, glaube ich, ein bisschen Eisen. Wegen den Minen, oder? Wenn mich denn alles täuscht. Ja, da hinten. Produzieren wir Eisen. Deshalb. So, du kannst mal stillgelegt werden. Du wirst eh noch nicht gebraucht. So, wenn es das Schiff bei Trench hier an ist, müssen wir es gleich mal verkaufen, das Zeugs. Alles senkrecht, aber ohne Garantie. Gut, immerhin. Dann darfst du eigentlich gleich mal hier hinfahren. Noch mehr Baumaterialien mitnehmen, weil wir müssen hier hinten ein bisschen was bauen. Dass wir die Produktion nicht in den Griff bekommen. So, jetzt müsste auch gleich unser Schiff ankommen. Dum 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 dum. Da ist es ja. So, auslauten und wieder zurückfahren, bitte. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Cargo-Liner? Hier, oder? Ja, das ist unser Standby-Cargo-Liner. Da nehmen wir jetzt wieder ein bisschen Material mit. So. Noch eine Tonne, eine Ladekammer-Bauzelle mehr. Weil, wird zur Kamera hier schon zwei Ladekammern rübergebracht. Jetzt kann ich erstmal weiterbauen. Ein bisschen zumindest. Ein kleines bisschen, ne? So. Hier, hier, hier und. Nein, verdammt. Kein Baumaterial mehr. Was fehlt denn? Beton. Okay, das liefere ich gleich mit. Das ist die Salamander mit dem Schnaps. Okay. Da kommt dieses Schiff. Das bringt mir jetzt Beton mit rüber. So, wo haben wir denn den Beton? Da. Dann haben wir das hier oben auch mit dem zweiten Bauplan, wenn wir da fertig sind, mit. Hoffe ich mal. Und dann sollten die Jungs da unten in Helios auch mal freundlicher drauf sein. Oder, ja, sind ja schon freundlich, aber... Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Mein Gott, artikulieren sollte man sich echt können. Ich kann das nicht, auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt erstmal keine Hafenbehörde hier. Weil Werkzeug. Sollten wir aber bald haben. Drei Tonnen, vier Tonnen. Okay, ich glaube, bis ich da oben fertig bin mit dem Ausbau, ist hier unten auch die zehn Tonnen Werkzeug da. Düm, 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 düm. Mich würde mal interessieren, warum mein Handy jetzt so blinkt. Das will bestimmt wieder irgendwas von mir. Aber morgen habe ich in der Aufnahme. So. Dann haben wir dat. Ups, das nicht. Ach, komm. Wo setze ich mich wieder hin hier? Mich vor allem. Das bin ich. Ja. Meine Fresse. Hey, ich kann... Ich kann halt echt nichts. Also ich bin ein bisschen unkonzentriert, Leute. Ich weiß nicht, warum. Ist einfach so. Würde ich mal sagen. Ihr kennt mich wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber ich komme hier immer so doof, wenn ich immer so kacke labere manchmal. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Wie ihr das findet, sozusagen. Du kommst... Na. Hier hin. Das kann anlaufen. Sonst vergesse ich das nur wieder. Du hast deine Felder hier. Also Felder ist vor allem gut, weil das ja eigentlich Schweinestölle sind. Schweinefelder. Hm, lecker. Schwein auf Bäumen. Spyder-Schwein, würde ich sagen. Üah. Nicht schon wieder so. So, das war das. Und jetzt noch der letzte hier. So. Hätten wir auch einen zweiten Bauplan fertig. Und damit sollte das alles ein bisschen effektiver laufen. Dann sollten die auch glücklich sein, da unsere Tycoons, die auf der Insel rumgammeln noch. Und so, zwei Tonnen brauchen wir noch Werkzeug. Dann können wir hier wieder weiterbauen. Und uns endlich eine Haufenbehörde anlegen, dass der Weg nicht so weit ist. Für die Schiffe, die von oben kommen. Für die hier. So, das kann eigentlich weg hier. Das auch. Da kann ich eigentlich die mal wieder nicht aufsteigen lassen. Zehn Tonnen Werkzeug ist auch nicht unbedingt das wahre. Aber es passt vorübergehend mal. Bauzahlen habe ich wieder genug. Da kann ich doch hier wieder schön fleißig ausbauen. Hier kommt erstmal noch ein Casino hin. Oder auch nicht. Dann lasse ich es halt frei. Z3, Z4, Z3. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Oha, Auto speichern. Schon wieder eine halbe Stunde rum? Geht ja direkt schnell. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert.